Willkommen Leute zu Mega-Man. Schnell das Titelbild weg, damit wir ein bisschen Ton haben. Das sieht doch schon besser aus. Ja, Mega-Man ist jetzt auch auf meinem Kanal gelandet. Ich werde sehr viel Mega-Man-Spiele spielen. Oh, das ist jetzt nicht so geil. Guts-Man, das ist nicht so geil von dir. Das ist nicht so geil von dir, habe ich gesagt. Oh, damn it. Alter, nein, das ist doch nicht dein Ernst, Guts-Man. Aber wir dürfen, wie gesagt, dürfen wir zu Noten Leben verlieren. Wir können sogar noch... Fuck, ich habe den Sprung nicht geschafft. Ja, der Energiebalken lässt nach. Er lässt ganz gewaltig nach hier. Gib mir Energie, Alter, gib mir mal Energie. Das ist übrigens Waffenenergie. Scheiße. Scheiße. Du musst geduldiger spielen wollen. Du spielgeduldiger. Dankeschön. Was? Wie viel Energie hat der jetzt abgezogen? Wie viel Energie hat der jetzt bitte abgezogen? Das gibt es doch nicht. Nein! Nein! Oh, nein! Oh, shit! Oh, fuck! 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 Das hier ist auch wieder so eine richtige Kotzstelle, wo man so leicht draufgehen kann, weil wenn ich diese Kugeln treffe, dann hast du auch wieder so richtig gelitten. Dann hast du auch wieder so richtig... Ja! 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 Da durchbacken sollte er sich eigentlich dabei nicht. Das möchte ich... Nein! Das war ein Game Over? Ernsthaft? Das ist ja doof. Ähm. Ja. Da durchbacken sollte er sich eigentlich nicht. So, wie kann ich mal dazu kurz sagen? Und er glitscht sich da wieder durch. Super! Vor allen Dingen besonders gut, dass er sich da durchglitscht, während ich auf ihm lande und mich diese Kugel an sich gar nicht treffen kann. Begeisterung pur! Das ist, äh... Das ist genau das, worauf wir Bock haben hier in diesem Spiel. Deswegen spielen wir das. Deswegen spielen wir das. Bitch, please! Alter, willst du mich verarschen? Ich bin heute schon wieder Game Over, oder? Oh, jetzt kann ich das doch schon wieder... Das ist doch kacke! Jetzt... Also jetzt mal ernsthaft. Jetzt wird es aber langsam... Jetzt wird es Ridiculous. Und mit, äh... Der Energie, die wir haben, sollten wir das eigentlich locker schaffen. Wenn nicht, bin ich kacke. Ist einfach so. Dann bin ich kacke. Dann bin ich schlecht. Muss man es einsehen. Zack! 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 Einfach machen! Einfach machen! Alter! Geht der ab! Alter! Geht der ab! Ich hab uns vielleicht mal nicht treffen lassen... Egal. Der ist down. Bams! Sehr schön! Nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Als die Bombe angeflogen kam und ich schon so halb im Sprungmodus war, war mir klar, okay. Das wirst du völlig... Das wirst du völlig verhauen und... Fiese Elecman-Scheiße! Fiese Elecman-Scheiße! Nimm das! Oh nein! Das hat mich erwischt! Fuck! Ich wollte gerade sagen, das sieht echt gut aus. Und wir dürfen sogar hier starten. Das ist nett. Das ist sehr nett. Und ich stehe scheiße! Oh nein! Und der wird immer schneller! Nein! Oh! Nein! Fuck! Fuck! Alter! Das ist heftig. Wenn man am Anfang die Gutsman... Wenn man das gleich vernünftig gemacht hätte... Dann hätte ich gleich gewusst, dass das hier der... Dass man den Buster machen muss. Dann hätte ich gute Karten gehabt. So glaube ich nicht dran, dass ich das jetzt noch schaffe.